Wer glaubt, dass die Arbeit in der Industrie ein langweiliger Bürojob ist, der jährt sie sich. Und das zeigen wir euch heute anhand dieser Jacke. Jetzt sind wir im Designcenter. Bevor wir die Jacke produzieren können, müssen zuerst das Design, die Funktion und die Materialien bestimmt werden. Hier testen wir, ob die Ideen des Produktmanagements funktionieren und der Stoff beispielsweise wasserabweisend ist. Im Marketing versuchen wir, unsere neue Jacke so gut wie es geht in Zenes zu setzen, um sie möglichst attraktiv für unsere Kunden anzustellen. Dazu benutzen wir verschiedene Plattformen, wie zum Beispiel Social Media, Messen oder Kataloge. Jetzt muss die Jacke nur noch verkauft werden. Das machen wir hier im Vertrieb. Und so seht ihr, die Industrie ist alles andere als einweilig. Und am Ende seid ihr auch ein Teilnehmer.